Klär mich mal auf, ich blick überhaupt nicht mehr durch. Jetzt mal eine Frage, Ford baut den neuen VW-Bus. Ist das so oder umgekehrt? So ist das, ja. Bitte mal aufmachen, vorne mal die Motorhaube, ich will da mal reingucken. Und das wird quasi der neue VW-Bus, ist das korrekt? Genau. Und hier siehst du... Nichts. Nee, ich guck mal gerade, ob da irgendwo noch VW steht. Das ist ja oft so, dass bei den Teilen... Es kann also sein, dass im neuen VW-Bus ab und zu mal Ford steht. Nicht nur ab und zu, sondern sehr oft, ja. Also das ist im Grunde genommen, kommt das Ganze dann von Ford. Jetzt mal ganz ehrlich, von den Marken ja Wettbewerber sind, ja. Die sich dann zusammentun und ganz ehrlich, ich fahre ja gerade ein Ford, ja. Ich fahre einen Transit mit Automatik und großem Motor. 50.991 ist der Basispreis dieses Fahrzeugs. Da gibt es natürlich schon ein paar Dinge mit dabei, wie LED-Licht und auch Sink 4. Aber nach oben, wie immer, keine Luft, keine Grenze nach oben.